Was machen wir heute, Meser? Ein bisschen Ringen, ein bisschen Raketen. Wir zeigen ein bisschen Kraft. Ciao, Mann. Rami, bist du bereit? Es ist 11.29 Uhr. Nein, warum hab ich mich so früh nachgelegt? Kann man auch Raketen machen. Schau, Araben ist da. Schau, schau. Hast du nur Biskuit gefruchtet oder was? Wieso bist du immer gegen Hava? So, Bruder, weil er gestern seine Fäuste geschwingt hat, Bruder. Taktik? Al-Herz ist arabisch, stark. Wir brauchen keine Taktik. Bruder, ich muss mal achten, dass mein Ausdauer bleibt. Und ja, ich versuche so viel wie möglich Take-downs zu machen. Vielleicht stolpert er in meine Triangle rein oder so? Zwei Tage bevor das passiert ist, wo ich getappt habe bei mir in diesem Video. Ich schwör bin mir getappt, Rami sagt. Er ist dann aufgestanden und das ganze Bett verlassen. Raus aus dem Ghetto. Er muss raus aus dem Ghetto. Schreibst du mir dieser Rakkaboy, den findest du mir. Hava ist auch schon wach? Er hat schon Raskadan. Er hat schon Raskadan. Meine Taktik haben wir längst rauszuhalten. Ich weiß nicht wie, aber schau mal was passiert. Dieser blonder Turke ist oben mit einem Ode, Bruder. Welcher blonder? Der kleine. Welcher? Der kleine Blonde. Wie heißt der? Ich hab vergessen. Heute sind wir von einer Harre. Morgen sind wir ohne Harre. Jo Leute, die Harami-Boys sind wieder da für euch heute. Wir machen heute eine Brasilien Jiu-Jitsu Challenge mit dem Pavel Koslowski, Gremlin MMA. Und es geht darum, wer als erstes bei ihm tippt, der ist der Verlierer. Also wer am längsten mit ihm aushaltet, bekommt 200 Euro. Die habe ich jetzt hier. Bitte schön. Der, was am wenigsten mit ihm aushaltet, wird den ganzen Mappen hier putzen. Wir sind bereit, jetzt holt der Kühe. Wo ist der Kühe? Komm, kommst du Bruder, wo bist du? Komm, wir warten auf dich. Das Frühstück ist also angekommen. Jah, j't count. Malik gegen Paul. Malik gegen Pavel. Fertig! Hoppala! Hoppala! Alles okay? Ja! 6 Oha! Du bist sportlich! Anstrengend! Unviel Kraft daran, schon mal mehr zu! Ja, das habe ich immer leidert! Ein paar Kategorie! So viel Spaß mit dir! Solche Challenges sind nicht immer! Ja, ich werde immer mal machen! Malge, da machst du aber irgendwie! Ja, ja! Malge, nicht mehr? Der ist schon nur rot! Weg dich! Das ist nicht weg! Weiter! Zeit läuft! Weiter! Okay, jetzt ist weiter! Ich versuche es! Ich versuche es! Ich versuche es! Start! Ich versuche es! Ich versuche es! Du best test! Ich versuche es! Hallo bạn! Abonniert! lass borne! Los 합니다! Wiridos! T OnePlus! Angriff Stand! Ich versuche es! Get valeur! So richtig, stopp. Geht's? Ja. 49. Zeig. 49. 50. Aha. Okay. So Leute, Kampf Nummer 3. Meser Habibi vs. Pawel Koslowski. 1, 2, 3. Good job. Komm. Gut, gut. Nicht nach vorne. 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 Okay. Das ist nicht voll. Das ist doch perfekt. Ich weg's auch mal. Boah. Dann. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, ich meine nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. 2 Minuten, 10 Minuten. Na, da auch, da kommt die Chance. Fertig, fertig. 1 Minute 48. Stabil, stabil. backend- Fertig, stabil. Begele, zweit. Stabil, brecht. Einmal, brecht. Einmal, brecht zuypft. Das war's für heute. Sieht schon mal, da? Aha! Nein, 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 nein. Nein, nein. Nein, nein. Aber es war's. Obwohl er noch 10, oder? Er ist noch 10. Er ist noch 10. Er ist noch 10. Wenn du nicht hier rein hast, wenn du das rauskommst, dann machst du das rauskommst. Wenn du das rauskommst, dann kannst du das rauskommst. Was hast du? Pass auf, pass auf. Er hat jetzt nicht. Wie ist das? Wie bist du denn? Wie bist du denn? Lass ihn liegen. Lass ihn liegen. Der nächste Kampf, Abou-Shitzo gegen Pavel. Ich werde die Bissere gerissen. Halt! Falsch! Es fällt dann Pavel. Der Pavel ist in der Kraft. Nicht so geplatzen, muss ich nicht. Ah! Gib mich drücken, gib mich drücken. Lass ihn mich zu machen. Lass ihn mich zu machen. Ich stelle rechtzeitig ab. Das war's für Pabli. Heute putze ich nicht mal. Gib vor aus wie ein Mann, jeder Blonde. Gib vor aus. Ich bin nicht groß, sieht mich mal an. Ihr werdet staunen, was ich alles kann. James Carto und Pawe. Jetzt werden wir die Bessere gewinnen. Letzter Kampf. Oh, Islam. Komm, Islam. Komm, Islam. Komm, Islam. Komm, Islam. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Ich bin nicht zu teppern. Ich glaub das ist eigentlich nicht. Was hast du gemacht hier? Meine Eltern werden mich umbringen. Weißt du warum sieht man das bei dir? Weil du bist lang. Komm, Sam, Pawe. Er hat sechs Runden durchgehalten. Er hat uns alle vernichtet. Alpha Academy Nordmannstraße 16. Melde zu euch an. Ich hab das erste Mal GG zu jetzt gemacht. Es ist richtig geil. Es macht richtig Spaß. Tu das anscheinend schreiben, bitte. Ja, ja. Der Verlierer war heute Rami. Er wird den ganzen Matten putzen. Der Gewicht aber Malik. Zwei Minuten wie viel? Zehn Sekunden. Zehn Sekunden. Perfekt. Überraschung. Es war eine coole Challenge. Alle haben ihr Bestes gegeben. Es hat leider heute nicht gerecht. Überraschung. Ich hab alle getippt. Wir sind alle einer. Es ist in Mord geflogen. Unser Bruder. Aber es hat Spaß gemacht Leute. Schreibt dran. Wenn ihr nicht eure Fragen habt. Für Videos was wir machen sollen. Schreibt es uns in die Kommentare. Lekt das Video. Teilt es. Abonniert es uns. Abonnieren wir euch. Das ist Technologie. Ich werde jetzt fünf Jahre lang trainieren. Und dann werden sie alle sehen. Schön sehen.